Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Es ist schon ein bisschen spät, aber weil die Annalena Baerbock bei Twitter trendet, habe ich gerade gesehen, muss ich mal eine Sendung über ihren China-Besuch machen. Liebe Zuschauer, ihr kriegt das vielleicht nicht so mit, weil ihr nicht der internationalen Presse folgt, aber Annalena, die wird so disrespected in der internationalen Presse und auch von irgendwelchen Ländern auf eine Art und Weise, wie es noch nie ein deutscher Politiker wurde, zu meinen Lebzeiten. Es ist ja schön und gut, dass wir krass sind und versteht ihr, dass wir klare Kante gut finden und so. Aber wir machen uns gerade, oder auch Annalena macht uns auf eine Art und Weise zum Gespött der Menschheit, dass es mir, also mich stört es einfach. Ist ja schön und gut, wenn ihr das anders seht, ist euch ja unbenommen, aber mich stört es nicht. Ich möchte euch auch mal so ein bisschen erklären, was eigentlich das Problem ist. Zum Beispiel, Annalena fährt irgendwo nach Afrika in so ein total armes Land. Es sind da so zwei Reihen von Gästen, die sie empfangen, Männer und Frauen. Und Annalena guckt die Männer mit dem Arsch nicht an und kümmert sich überschwänglich um die Frauen. Okay, von mir aus ist das so. Man ist ja vieles gewohnt von der Vogue-Fraktion, die sind ja irgendwie so ein bisschen blöd im Kopf. Aber gut, von mir aus macht sie das so. Aber versteht ihr, das kann sie sich nur geben irgendwo in Afrika in so einem bettelarmen Land, wo selbst so eine schäbige Geldspende über 100.000 Euro so dringend gebraucht wird von den Leuten, dass man sie sich antut. Dann geht sie da hin und labert dieses Klo-Interview, habt ihr vielleicht mitbekommen, und labert sie darüber, wo man besser ein Klo aufstellen sollte. Ohne Scheiß. Annalena, die ist irgendwie dumm. Ich meine, das ist wirklich völlig ironiefrei. Annalena Baerbock ist dumm. Einfach nur dumm und nichts anderes. Okay, das gibt sie sich. Das ist schon tot peinlich, aber gut, von mir aus. Und dann hatte sie ja diesen Auftritt in Indien. Und ihr müsst euch vorstellen, da sie ja schon zu dem Zeitpunkt beim G20-Gipfel re-eussiert hatte, und da sie sich ja irgendwelche D-Eklass gegeben hat, normalerweise folgt Diplomatie einem bestimmten Kodex. Es soll ja eine Atmosphäre geschaffen werden, in der man schwierige Fragen besprechen und Brücken bauen kann. Aber Annalena geht hin, um irgendwelche Leute zu beschimpfen, ihnen irgendwelche völlig undiplomatischen Vorwürfe zu machen und sich irgendwie daneben zu nehmen. Und das hat sich mittlerweile in dieser Welt der Diplomaten schon so sehr rumgesprochen, dass sie ja in Indien überhaupt kein Protokoll bekommen hat. Wirklich gar keins. Steht ihr da jetzt am Anfang? Sie steigt ja so aus. Dann ist da ein Sicherheitsbeamter vom Flughafen, ein Flughafen-Kopf. Dann ist da so ein Beamter, der das Verladepersonal irgendwie kommandiert. Die nehmen sie so in den Prang, begrüßen sie. Aber es gibt keinen roten Teppich, wirklich gar keinen. Und es ist kein einziger Staatsbeamter, nicht mal der hinterletzte Beamte gekommen, um sie zu empfangen. Was heißt das? Wie ist das zu verstehen? Wie muss man das einordnen? Das heißt, mit anderen Worten, da Indien jetzt seine diplomatischen Beziehungen mit Deutschland nicht abbrechen möchte, muss es Annalena zwar empfangen, aber die indische Regierung signalisiert von Anfang an, dass sie überhaupt keinen Bock auf die Frau haben. Wirklich gar keinen Bock. Dass sie eigentlich null interessiert, was sie zu sagen hat. und dass sie so der denkbar unbeliebteste Gast ist, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Da ist eigentlich keine Luft nach unten mehr. Es sei denn, man hätte sie im Flugzeug vielleicht gefesselt und hätte sie dann über das Gepäckband, wie ein Gepäckstück, ins Terminal rollen lassen. Aber gut, das ist ja Körperverletzung. Das könnte ich denen da nicht geben, mit einer deutschen Ministerin. Aber irgendwie ist es halt kurz davor, könnte man sagen. Jetzt war dieses Treffen in China. Ich habe das gesehen mit Synchro. Originalton und Synchro so mit Text runter. Ihr müsst euch vorstellen, wie gesagt, Diplomatie beruht ja darauf, dass ich irgendwie heikle Fragen bespreche, aber ich sie trotzdem auf eine Art und Weise so bespreche, dass ich keine negativen Emotionen gegen mich persönlich beim Gegenüber triggere. Das kannst du schon machen, aber dann kommst du ja eigentlich an, ohne dass du irgendwie irgendwas verhandeln oder irgendwas erreichen willst. Und genau darauf lief es hinaus. Annalena redet. Sie macht dem chinesischen Außenminister irgendwelche Vorwürfe. Es gab ja früher das Kolonialzeitalter. Da haben ja wir Europäer oder sagen wir mal wir Weißen haben die Welt beherrscht. Dann gab es dieses postkoloniale Zeitalter. Das dauerte ja nach dem Zerfall der Sowjetunion. Also die 80er waren noch goldene Jahre, dann gab es den Zerfall der Sowjetunion. Ist ja auch alles gut und schön. Aber heute ist China kein Land mehr, dem auf dieser Schiene kommen keins. Das muss der Chinesin sich einfach nicht mehr geben. So wichtig bist du für ihn nicht mehr. Nicht als mag das gar nichts. Und darauf hinaus, dass dieser Minister von China, ihr müsst euch vorstellen, das ist einer, der ist super höflich im Ton. So wie Chinesen sind. Chinesen zeigen nie ihre Emotionen. Warum? Ein chinesischer Diplomat, das ist ja sozusagen das Prinzip China hoch drei. Aber letzten Endes watscht er sie die ganze Zeit ab auf eine Art und Weise, wo ich es noch nie bei einem Chinesen gehört habe. Sie macht ihm Vorwürfe, er macht ihr Vorwürfe. Sie steigert sich rein, er verschärft seinen Ton. Sie steigert sich noch mehr rein, er verschärft noch mehr seinen Ton. Obwohl er todfreundlich darin ist die ganze Zeit. Also es klingt irgendwie freundlich. Aber inhaltlich ist es so, keine Ahnung, als wären sie so ein Ehepaar, das nach 20 Jahren eher sich so den übelsten Rosenkrieg gibt, den man sich überhaupt mal vorstellen kann. Am Ende droht sich China und China droht ihr. Ihr müsst folgendes bedenken, wir sind nicht, also wir können natürlich China drohen. China ist am anderen Ende der Welt. Die Chinesen werden jetzt vermutlich keine Armee schicken, um uns anzugreifen. Aber irgendwie ist es völlig absurd. Ich meine, es wäre ja okay, wenn wir so einen, versteht ihr, die Russen haben ja diesen Medvedev, der war ja früher mal Präsident, der hat jetzt kein Amt mehr, aber ist trotzdem irgendwie ein offizieller der Russen Regierung, obwohl er eigentlich kein Amt mehr begleitet. Und er setzt sich dann hin und postet bei Twitter und Telegram irgendwelches Zeug auf dem Niveau von Annalena. Aber versteht ihr, er ist ja auch nicht der Außenminister. Er ist ein Ex-Regierungsmitglied. Da ist es nochmal was anderes. Ich finde auch das, was der Medvedev macht, eigentlich nicht gut. Aber ich denke mir dann immer, ja okay, wenn wir heute solche Politiker haben wie die Annalena, da haben sich die Russen halt den Medvedev zugelegt. Weil versteht ihr, das ist beim Putin immer so eine Sache und das ist auch mittlerweile bei allen denen so eine Sache. Das müssen die sich von uns nicht bieten lassen und die lassen es sich nicht bieten. Und jetzt müsst ihr so sehen, was ich auch zu krass finde. Annalena reist an und sie hatte irgendwie vor, sich mit einem Regimegegner zu treffen. Also sie war eigentlich weniger da, weil man könnte Annalenas Verhalten interpretieren als die Aufgabe der Bundesrepublik einer eigenständigen Diplomatie. Man könnte sagen, so wie Annalena ist, denke ich, dass irgendwelche Politiker weltweit interpretieren, wenn ihr uns so eine, es gibt so ein hässliches Wort im serbokroatischen Kabila. Versteht ihr, wenn ihr uns so eine Kabila schickt, damit sie irgendwie das Amt des Außenministers wahrnimmt, dann habt ihr doch in Wahrheit eure Außenpolitik abgetreten an die USA sozusagen. Ihr seid jetzt einen Satellitenstaat der USA oder sagen wir, eure Regierung macht euch dazu und weil ihr ein Satellitenstaat seid, schickt ihr so eine Trulle, wo es sowieso keinen Interessierten. Jetzt müsst ihr auch bedenken. Der Scholz war ja auch vor nicht allzu langer Zeit in China. Scholz hatte eine Wirtschaftsdelegation dabei. Annalena reist alleine an. Alleine. Und Annalena tätigt auch irgendwelche Aussagen im Ausland, mit ihr hat sie gar kein Mandat. Versteht ihr? Annalena fährt zum Beispiel zu Zelensky und kündigt an, wir werden nie wieder Energie aus Russland kaufen, aber wer sagt das denn? Das sagt sie nicht im Namen Deutschlands, das sagt sie vielleicht, das ist vielleicht ihre eigene Meinung, dass es so sein könnte oder dass es so sein sollte. Auf jeden Fall, ein bisschen mal überlegen, wie krass das ist, irgendwelche deutschen Konzerne wandern ja jetzt wegen der Energieverteuerung, seit der Krieg in der Ukraine angefangen hat, manche, aber eher weniger, wandern die USA ab, aber so Hersteller wie VW und BMW und weiß der Geier, wie sie alle heißen, und ThyssenKrupp, die wandern nach China ab und da habe ich neulich erst ein Interview gesehen und da ist unser Markt. Versteht ihr? Da ist unser Markt und warum sollen wir denn jetzt in die USA abwandern? Dort ist Energie vielleicht günstiger, aber dann begeben wir uns ja in die Hände von so einem Dulli wie dem Biden, wenn der da irgendwie seine Kriegs- und Sanktionspolitik macht, dann sind wir in die USA abgewandert, hatten die Kosten und werden von unseren Kunden abgeschnitten. Jetzt wandern die alle nach China aus und die Bundesregierung hat ja ihr Missfallen bekundet und hat ja irgendwelche Bürgschaften gecancelt, aber so wie es aussieht, birgt die chinesische Regierung für diese deutschen Firmen, weil sie diese Industrie braucht und es würde mich nicht wundern, wenn es eines Tages und ja dieser Tag wird nicht fern sein, darauf hinaus laufen wird, dass irgendwann dann VW, das müsst ihr euch mal überlegen, wie krass das ist, wenn eines Tages VW seine Konzernzentrale nach Peking verlegt und dann zahlen ihre Kopfsteuer in Peking und nicht mehr in Deutschland. Der Witz ist, diese Unternehmen, da reißt gar keine Delegation mit der Baerbock an. Niemand, versteht ihr, niemand möchte mit der Baerbock im Geleit dort anreisen für irgendwelche Gespräche, weil man Angst hat, dass so das schlechte Image von Annalena auf einen abwerbt. Annalena, Baerbock ist eine einzige Abrissbirne diplomatische Beziehungen, die wirklich keinen anderen Auftrag hat, als uns in der Welt komplett zu isolieren. Jetzt müsst ihr so sehen, Annalena hatte vor, sich in China vor allem mit irgendwelchen Regimegegnern zu treffen. Und normalerweise läuft es ja so, das hattest du auch schon beim Helmut Kohl oder irgendwelchen anderen deutschen Politikern. Die fahren nach China, machen irgendwelche Deals mit der chinesischen Regierung, verhandeln mit denen, und damit sie sich so ein bisschen ein gutes Image geben können, treffen sie sich danach noch mit irgendwelchen Regimegegnern und sabbeln mit denen. Das stört die chinesische Regierung jetzt nicht. Die zensieren das einfach. Es kommt gar nicht vor in den Nachrichten. Aber man gönnt dem ausländischen Staatsgast sozusagen sein Gesicht zu wahren. Versteht ihr, wir reden ja hier über Asien. In Deutschland gibt es dieses Konzept mit der Gesichtswahrung nicht. Aber normalerweise ist Teil von vielen östlichen Kulturen, teilweise auch schon in Osteuropa gibt es das bei manchen Kulturen, dass man, selbst wenn man mit jemandem verfeindet ist, man buskiert ihn nicht auf die Art und Weise, dass er sein Gesicht verliert. Jetzt müsst ihr euch überlegen, was die Chinesen gemacht haben. Die Chinesen wussten natürlich, dass Annalena sich mit irgendwelchen Regimegegnern treffen wollte, aber um sie maximal zu demütigen. Haben sie gewartet, bis da so ein Typ in Annalena treffen wollte, sich mit seiner Frau ins Auto gesetzt hat und auf dem Weg war, um sie zu treffen und dann unterwegs haben sie diesem Typen irgendwie den Weg abgeschnitten auf der Straße, haben ihn und seine Frau aus dem Auto gezerrt, auf den Boden, freeze, motherfucker, freeze. Das heißt, sie haben Annalena noch nicht einmal gegönnt, also sie hätten ihn ja auch schon zwei Tage vorher festnehmen können. Dann hätte Annalena vielleicht irgendein Alternativprogramm buchen können. Verlegt mal, wie krass die Chinesen Annalena hassen. Versteht ihr? Nicht Deutschland hassen. Sondern Annalena als Person hassen. Dass sie so einen Move machen. Dem Kohl oder dem Roland Koch damals oder der Merkel oder jedem anderen deutschen Politiker haben die Chinesen dieses Ding, irgendwelche Regimegegner zu treffen, gegönnt. Sie haben es einfach so hingenommen, aber Annalena hassen sie so sehr, dass sie ihr nicht mal das gönnen. Und jetzt sag ich euch mal was. Ganz ehrlich, so wie es ist. Wenn ich jetzt nächsten Monat nach China fahren würde, ich würde dort nicht sagen, dass ich Deutscher bin. Obwohl ich ja Deutscher bin. Ich bin ja ursprünglich, kommen meine Vorfahren aus Montenegro, aber ich bin ja Deutsche. Ich habe gar keinen montenegrinischen Pass. Ich habe nur den deutschen Pass. Trotzdem würde ich am Flughafen meinen deutschen Pass zeigen, aber wenn ich irgendwelche Leute dort kennenlernen würde, ich würde ihnen nicht sagen, dass ich Deutscher bin. Weil mir Annalena zu peinlich wäre. Ich möchte mit Annalena nicht. Kennt ihr noch diese Sendung damals? Mein dicker, peinlicher Verlobter? Annalena ist auch irgendwie wieder dicke, peinliche Verlobte. Ich würde mich schämen dafür. Und ganz ehrlich, dass heute die Grünen in Deutschland an der Macht sind, an der Regierung sind, das ist eine Schande. Was für Bauern heute die Grünen sind, wie degeneriert die Grünen heute sind. Versteht ihr? Das ist wie eine Frau, die ist mit so einem Typen zusammen, der so wie der dicke, peinliche Verlobte ist, aber sie steht voll zu ihm und tut so, als ob sie das nicht bemerken würde, wie krass sich diese Ministerin daneben benimmt und wie peinlich sie einfach nur ist. Wenn ihr irgendwas seht, was tot peinlich ist, dann sagt nicht, er ist aber peinlich, sondern sagt, er hat einen Baerbock gebaut. Und was ich im Nachhinein noch gesehen habe, als die Sendung schon fertig war, am Ende hat dieser chinesische Außenminister Baerbock den Handschlag verweigert. Es gab kein Fotoshooting für die Presse und Xi, der Präsident von China, hat, nachdem er das so mitbekommen hatte, sein Gespräch mit Baerbock einfach kurzerhand abgesagt. Baerbock, beim nächsten Mal, bleib lieber zu Hause. Danke, Tschüss. Nach 권로 ein